Ja, heute geht es um die Sure 105. Das ist eine der letzten Suren im Koran. Ihr wisst ja, es hat 114 Suren und gegen hinten werden sie immer kürzer. Die Sure 105 ist also ganz kurz, sie heisst der Elefant. Sie hat nur fünf Verse und sie ist ein Rätsel. Niemand versteht sie, denn die Vorschläge der Ausleger sind eigentlich nicht überzeugend. Also ich lese sie mal vor. Im Namen Allas, des Allerbarmes des Barmherzigen. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfahren ist, hat er nicht ihre List misslingen lassen und Vögel in Scharen über sie gesandt, die sie mit brennenden Steinen bewarfen und sie dadurch wie abgefressene ist. Das ist die Arabeische Sprache. Das ist die Arabeische Sprache. Das ist die Version. Nun, die Auslegung habe ich in diesem Kommentar gefunden. Das ist zwar arabisch-englisch, ich habe es jetzt mal auf deutsch übersetzt. Diese frühe Mekka Sure, so steht es da drin, handelt von einem Ereignis, das im Jahr 570, also im Geburtsjahr unseres heiligen Propheten stattfand. Der Jemen war damals unter der Herrschaft der abessinischen Christen und Abraha Ashram, das heisst der mit der fehlenden Nase. Abraha Ashram war ihr Herrscher. Berauscht von Machtgelüsten und angefeuert von religiösem Fanatismus führte er eine grosse Armee gegen Mekka. Mit dabei waren ein oder mehrerer Elefanten. Aber seine gotteslästerlichen Absichten wurden durch ein Wunder vereitelt. Obwohl die Mekkaner sich gegen die grosse Armee nicht wehren konnten, wurden die Angreifer von Vögeln attackiert, welche sie mit Steinen vernichteten. Der Kommentar erklärt also, dass der böse christliche König Abraha Ashram mit Elefanten einen Angriff gegen Mekka gemacht habe, und zwar im Jahr 570, im Geburtsjahr von Mohammed. Nur das kann nicht stimmen. Denn es gibt nicht weniger als sechs Gründe, welche diese Version, diese Auslegung unmöglich machen. Denn zum ersten 570, im Jahr 570, lebte Abraha schon gar nicht mehr. Also Abraha ist eine historische Gestalt. Es gab ihn. Er war ein christlicher König im Jemen. Aber im Jahr 570 lebte er schon lange nicht mehr. Da waren schon seine Söhne mehrere Jahre in der Herrschaft gewesen. Zweitens, dieser Feldzug, den er gemacht haben soll gegen Mekka, wurde von keinem einzigen Historiker aufgeschrieben. Also wir haben Historiker wie den griechischen Geschichtsschreiber Prokop und andere, die viele Details aus dem Leben von Abraha aufgeschrieben und überliefert haben. Und keiner von ihnen hat auch nur ein Wort über einen solchen Feldzug geschrieben. Und diese Idee der Ausleger, dass es so einen Feldzug gegeben habe, stützt sich eigentlich ganz allein auf eine Behauptung von Ibn Isha, der ja einen Lebenslauf von Mohammed geschrieben hat. Aber das war schon 150 Jahre später. Also der hat einfach irgendwelche Leute gefragt und sie haben ihm das so gesagt. Das ist historisch überhaupt nicht vertrauenswürdig. Und der vierte Grund, wieso das gar nicht in den Koran hineinpasst, eine solche Geschichte, das würde ja bedeuten, dass Gott, Allah, eine heidnische Stadt geschützt hätte gegen Christen. Also Christen getötet hätte, um eine heidnische Stadt mit über 300 Götzen zu schützen. Das ist irgendwie verdreht, oder? Und dann weiter, wenn wir lesen, was der Koran über die Christen schreibt, was auch die Geschichtsschreibung über die Beziehung von Mohammed und von den ersten Muslimen mit den Christen schreibt, so waren das gute Beziehungen. Also da war er kein Ebn Naufel, der hat ja den Mohammed geschützt sein Leben lang. Solange er lebte, musste Mohammed die Stadt Mekka nicht verlassen. Dann war ja da die Flucht der 70 Muslime nach Abessinien. Jemen, Abessinien, das war ja damals das gleiche Reich. Also überall waren die Muslime in Gefahr, ausser bei diesen Christen. Also Mohammed hatte Vertrauen zu diesen Christen, sonst hätte er seine Jünger nicht dorthin geschickt. Und sie haben sie ja tatsächlich aufgenommen und geschützt und als Asylanten ihren guten Status gegeben und als sie wieder zurückkommen wollten, konnten sie zurückkommen. Ein weiterer Grund, der sechste Grund, warum diese Auslegung nicht stimmen kann, ist nämlich die, dass 931 haben ismailitische Karmaten Mekka überfallen und alle Pilger getötet und auch den Amir getötet und in den Samsambrunnen geworfen und den schwarzen Stein gestohlen und auch geschlagen, also kaputt geschlagen. Und damals hat Allah sie nicht geschützt, hat Allah diese Stadt nicht geschützt. Also wenn man sich das mal jetzt vergleicht, also als die Stadt heidnisch war, soll er sie geschützt haben vor den Christen und die Christen getötet haben, um diese heidnische Stadt zu schützen. Aber als dann später andere Heere kamen gegen Muslime, die alles kaputt machen und wirklich die Leute töteten, da hat er sie dann nicht geschützt. Das würde nicht zusammenpassen. Ja, stellen wir uns einmal vor, mit Elefanten in die Wüste zu ziehen. Elefanten sind nicht Wüstentiere. Elefanten sind Waldtiere. Sie brauchen den Schatten. Wenn man mit ihnen in die heisse Wüste geht, muss man sie mit Wasser abkühlen. Sie brauchen aber auch Wasser zum Trinken. Und zwar nicht gerade wenig. Und sie brauchen auch ganz viel Futter. Müssen sie jeden Tag essen. Und zwar frische Blätter vom Wald. Wie will man ihnen dieses Essen bringen in der Wüste? Wenn man Elefanten in die Wüste nehmen würde, dann würden sie von selber sterben. Sie würden schwach werden, krank werden, sterben. Also das braucht gar kein Wunder, um sie zu töten. Und von daher ist diese ganze Geschichte undenkbar. Die Frage ist nun, was bedeutet dann aber die Sure? Die Elefanten. Also das ist ein Rätsel. Und ich wünsche nun, dass Sie mir helfen, dieses Rätsel zu lösen. Was haben Sie für Vorschläge? Also mein Vorschlag ist folgender. Diese Sure ist viel später in den Koran reingeschmuggelt worden. Und zwar zur Zeit der Umayyaden in Damaskus, als diese über den Islam herrschten. Natürlich, die meisten Leute glauben ja, dass der Koran bereits von Uthman gesammelt worden sei. Und das behaupten auch die Haditen. Aber dafür gibt es eigentlich keine Beweise. Im Gegenteil. Es gibt viele Hinweise, dass eben später noch die Umayyaden noch etliches geändert haben im Koran. Und zwar konnten sie das erst nachdem Hafsa, die eine Frau von Mohammed gestorben war. Denn Hafsa hatte ja noch einen Koran bei sich zu Hause. Und solange es diesen Koran gab, konnte man nichts ändern. Und sie wollte ihn nicht rausgeben. Aber als sie gestorben war, hat ihr Bruder Abdallah diesen Koran den Umayyaden Kalifen gegeben. Und da hatten sie freie Hand, um zu ändern, was sie ändern wollten. Und mein Vorschlag ist jetzt, dass diese Leute eben diese Sure reingeschmuckt haben, den Koran. Warum? Was wollten sie damit erreichen? Nun, sie wollten ja die Christen bekämpfen. Und sie haben ja die Christen bekämpft und viele christliche Völker unterjocht. Und sie mussten ja Kriegsgründe haben. Wie in der modernen Welt der Putin auch Kriegsgründe erfinden musste, haben auch die Kriegsgründe erfinden müssen. Und die Christen haben Mohammed nichts zu Leide getan. Im Gegenteil, alle Schriften haben bezeugt, welche guten Beziehungen es gab zwischen Mohammed und den Christen. Und sie haben jetzt erfunden. Und interessant ist eben, dass Ibn Hisham seinen Lebenslauf Mohammed genau auch zu jener Zeit geschrieben hat, als die Umayyaden herrschten. Und gerade diese Sure macht ja so negative Gefühle, oder? Also was? Die bösen Christen sind gegen Mekka. Schon im Jahr, als Mohammed überhaupt nur geboren wurde, hat er noch gar nichts Böses gemacht. Und die sind schon gekommen, wollten Mekka zerstören. Was für schreckliche Leute sind das. An denen muss man sich rächen. Solche Gefühle macht diese Sure. Und das war genau das Ziel. Sie mussten einen Grund erfinden, weil es keinen gab, um Krieg gegen die Christen zu führen. Gemäss diesem Bericht über das Leben Mohammed von Ibn Isha, der ja dann herausgegeben wurde von Ibn Hisham später, hat ja Mohammed gegen Ende seines Lebens noch Armeen ausgeschickt gegen den Jemen, um die Christen zu besiegen und auch gegen Damaskus und auch die nördlichen Christen zu besiegen. Nun, wenn das wahr ist, dann wäre das ja sehr traurig. Denn die Christen haben Mohammed nichts zu Leide getan. Es ist auch nicht wahr, dass sie mit einer Armee gegen Mekka gekommen wären. Davon ist nichts aufgeschrieben. Also wenn das Mohammed wirklich getan hätte, dann wäre es sehr traurig. Dann wäre es eine schlechte Verdankung des Guten, was er von den Christen erfahren hat. Aber es könnte eben auch anders sein. Es könnte eben auch sein, dass er eben Isha derartige Berichte selber erfunden hat, weil eben die Umayaden Herrscher ihm das befahlen und ihn dafür bezahlten, dass er derartige Dinge eben aufschreibt. Ein grosses Rätsel ist ja, wie wir gesehen haben, auch die Behauptung dieser Ausleger, dass eben der Allah, der Gottes Islam, der Gott aller Welten, der eben ja auch der Gott der Christen und Juden ist. Er soll nun also die Christen getötet haben, die gegen Mekka kamen, obwohl die Mekkaner ja Heiden waren. Er hätte also die Heiden geschützt gegen die Christen. Und das wäre wirklich eigenartig. Denn eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, oder? Wenn schon. Wenn er nicht der Gott der Liebe ist, der überhaupt in Liebe handelt und sie miteinander zur Versöhnung bringen will. Dass sie miteinander in Frieden sprechen können und schauen, wer Recht hat. Das wirft natürlich die Frage auf, ja wer ist denn dieser Allah überhaupt? Geht es denn wirklich um den Glauben an den Gott aller Welten? Oder ist dieser Allah ein Gott Mekkas? Und das ist wirklich eine grosse Frage, wenn das Gebet nur gültig ist, wenn es Richtung Mekka geht und wenn es im arabischen Dialekt von Mekka gesprochen wird, dann beten wir dann wirklich zum Herrn der Welten oder beten wir dann zu einem Lokalgott der Araber? Ja. 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 Ja.